hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 days to die und sterben werden wir heute definitiv weil ich trau meiner falle nicht ich trau mir selber nicht und ja ich würde sagen wir gucken noch ein letztes mal schnell drauf 691 zombies elf tode und ja wir sind über 100 game stage ich habe ein bisschen angst ein bisschen ein bisschen viel so wir haben aber dafür schon gute waffen gefunden wir bieten einfach mal wir beten einfach mal das habe ich die holzrahmen weg ja ich kann nirgendwo runter plus reinkommen und ich habe ich habe schiss ich habe 191 gegner gott es geht gleich los also ich sagen wir sterben das ding wird einstürzen und ich werde einfach nur sterben ich kann mich auch hier hinstellen dass kein speck drunter bitte bitte funktioniert die wir müssen halt jetzt wirklich testen an der alpha 18 ob die zombies genauso reagieren und agieren wie in der 17 oder wie in der 16 oder 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 neue alpha neues glück ja wir müssen gucken wir müssen erst mal wieder alles austesten was möglich ist und was nicht und ich werde zu sterben ich werde zu sterben ich werde ich okay da kommen schon die ersten wie mache ich denn das das ist ein kopf ne da ist ein kopf der muss definitiv dran glauben ist der tod desto die geier kann ich habe mich haben die ersten grünen ich glaube es nicht nein nicht die ersten grünen hilfe oh nicht aufs dach hinten da 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 nicht aufs dach hinten okay und dann haben wir mal nach ähm ähm okay okay da wird explodiert da wird explodiert da wird da wird äh da wird auch explodiert komm stimm 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 okay okay die helfen mir gerade die kops helfen mir und bei dem grünen habe ich nein du gehst runter du gehst auch runter so oh 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 warte warte die müssen wir auch jawoll 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 so warte 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 die müssen runter mensch ihr seid dumm wieso hüpft ihr nicht runter ne die geh nicht wirklich runter es funktioniert anscheinend nicht mehr so in der alpha hier ногte unter von meinem dach runter von meinem dach wieso hätte der kopf der kopf runter von meinem dach runter von meinem dach Ohhhhh. Ohhhh. Ohhhh. Ich bin ja schon fast tot. Ok, bin schon fast tot. Halt er auseinander bauen kann man. Da. Oh mein, da. Wieso? Nachladen. Ohohoho. Die Pops noch. Die Pops sind böse. Ok, explodier. Nein? Jawoll, okay. Ist wieder jemand auf dem Dach? Nee. Weg mit dir! Weg mit dir! Fall doch runter in die Spikes hier! Nee, die haben keine Interesse daran, runter zu gehen. Ein bisschen Scheiße. So, ich hoffe, ich habe noch ein bisschen mehr... Munition. Wieso? Richtig, richtig Action hier. Warte, 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 warte. Ich brauche, ich brauche irgendwas. Nein, nein, der explodiert! Uah, die sterben! Ich brauche, ich brauche, ich brauche Sachen. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut durchspicken. Sonst treffen sie immer nicht, ne? Sonst treffen sie nicht. So, weg, 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 weg. Okay, der explodiert, der explodiert. Okay, der nimmt die mit. Sehr gut. Okay, wenn Cops sind, da muss ich besser drauf schießen. Eine Minute noch. Okay, warte, warte, da kommt ein Cops. Da kommt ein Cops. Und die tun nämlich richtig weh! Die haben das Ziel gelernt. Nein, Ladies. Nein, du auch nicht, Mister. Wo ist der Cops hin? Oh Gott. Ich dachte, okay. Hier unten sind ja ein paar. Die ganzen Spikes sind weg! Uh, da hat's gespuckt. So, okay. Nein, Freundchen, du gehst runter. Und du spuckst mich nicht an! Du spuckst mich nicht an! Meine Moni ist gleich hinter! Meine Moni ist gleich zu Ende! Da kommt noch ein Kopf! Ladies, lass das sein und verzieht durch! Okay, der ist tot. Aua! Lady! Okay, okay. Ist da jemand? Nee, ne? Komm! Fall runter! Fall runter! Wieso? Bist du tot? Der ist tot. Okay, seht ihr die da unten? Es interessiert mich nicht, was die unten machen. Hehehehe. Okay, sind... 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 Äh... Was ist das jetzt? Was ist das jetzt hier oben? Wieso? Warte mal, die... Die ist ja schon richtig näher, ne? Waren das jetzt schon alle hier? Nee, oder? Wieso? Ich... Ich nochmal hier ein bisschen... Die wollen klettern gehen, die Affen! Na ja! Warte mal, ich repariere nicht, dass gleich nochmal ein Anschwung kommt hier. Warte mal, das können wir auch schon reparieren. Ach... So... Und jetzt... Jetzt... hier alles drücken. Eieieieieieieiei! Au... 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 Ist er runter? Der ist runter, okay! Es kommt halt so noch welche von oben auch... Ja, da kommt die nächste Ladung. So wie es ausschaut... Ein Spieger? Nein? Du nicht, Freundchen! Was? Seit wann läuft der Spieger auf 2 Beinen? Du kommst mir nicht aufs Dach, Freundchen. So, okay. Wir sind jedenfalls bei Cloud-Boräumen hinten, ne? So, da hinten kommt nochmal ein ganzer Schwung. Nochmal ganz viele Soldaten. Manche unten ist es eigentlich egal, wenn die was kauen. Rein theoretisch. Rein theoretisch natürlich. Autsch, bin bedäubt. Bin bedäubt. Da ist ein Kopf, da ist ein Kopf, da ist ein Kopf, da ist ein Kopf. So, die sind gerade wiedergefallen. Zwei Kops. Zwei Kops. Wir brauchen's, go. Ja, jetzt wird hier aus, ist mir egal. So, der muss auch noch sterben. Und du kommst jetzt hier runter. Komm hier runter. Ne, der lebt noch. Hihihi, okay. Dann einfach mal den Soldaten mit umbenatzt hier. So ein bisschen. Ich schieße doch auf die, ich hab zu spucken. Das ist ganz schön stressig. Ist der jetzt explodiert? Wow, okay. Das hat sich unangelegen gehört. So, die müssen jetzt aber ein bisschen nachhelfen, weil wenn ich da runter falle, dann bin ich tot. Komm, wir haben mal ein bisschen Munition. Okay, da kommen auch wieder welche. So, nachladen. Und schießen. Gut, dass die sich so sehr aufteilen da unten. So, wo sind sie? Der ist runter. Komm, ich helfe dir. Oder auch nicht. Komm, fäll runter, Freundchen. Und da kommen immer noch mehr. Die werden so sterben. Die werden so sterben. Autsch. Autsch. Wer? Wo? Was? Wie? Wo? Hilfe! Wo? Der ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Freundchen. Komm. Nachtladen. Okay. Der liegt noch mal ein bisschen auf. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Au. Ja, fall runter, ne? Der fällt mir doch so ein paar Poponasen. Nein! 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 Okay, erstmal. Nein, nicht in Deckung gehen. Nicht in Deckung gehen. Der muss sterben. Der muss sterben. Stirb, du Kartoffel. Stürb! 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 Ganz weg, 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 weg! Da ist noch ein Geier. So, warte, 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 warte. Stress, Stress, Stress. Den da benutzen? Okay, wir brauchen... Ich hätte... Au! Ich brauch mehr Gitter. Ich brauch mehr alles. Ich, ich, ne? Aber wenn die zuhauen, das wird halt richtig... So, immer gucken, dass keiner hinter mir ist. So, nachladen, nachladen, nachladen. So. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Warte mal! Ich wollte eigentlich mal gucken. Nein! Nein! So, nein! So! So, so. Mann, 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 da gehen auch die FDS nicht hier lang. So. Nachladen, nachladen. Einmal umgucken. Und mit Kopfballern. Und hier ist so eine Mitte, die dürfen die doch gar nicht treffen, Mensch. Und diese kleinen Affen. Okay, die sterben aber. Einmal kurz gucken. Okay, noch da, da kommen die Kälte. So. Wenn ich eine mitklaube, bin ich tot. Nee, ich bin wieder vollgehalten. Okay. Jetzt habe ich aber zu gut zu heilen. Und das ist das Problem. Ich muss ein bisschen in Bewegung bleiben. Da kommt nochmal einer. Komm, war eine Spille, oder? Da ist noch eine Spille dabei. So, ich hoffe, die ist runter. Die Spille ist weg. Und da kommt noch einer. Das ist aber mein Fall Glück. So, da kommt ein Tank. Erschießen, 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 erschießen. Waren die schönen? Es kommen immer noch welche. Das finde ich gut. So, ein Tank der Flüssigkeit. Mädchen, ich habe gerade andere Sorgen. Du kriegst mich nicht, Freundchen. Warte mal, die Spinner muss weg. Und der da, und der. So, der ist runter. Die ist runter. Ich muss mal kurz Pistole reparieren. So. Komm, komm, gib mir die Pistole. Komm, traf dir. Komm, 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 collapsing. Jetzt gibt's einen Zorn. Wir müssen bestimmten Fragen nichts nutzen. Eijjajajajajaja. Ich sag's euch. Es ist in Ordnung, ich bin nicht oben gegen das. Oh Gott, da kommt die nächste Welle. Autsch, 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 Autsch. Wer, wo, was, warum? Der Spucknick, der Heiler. Warte, 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 du musst runterfallen. Bitte, bitte, fallt runter, bitte. Fallt runter. Nein, die ist runter. Nachladen, nachladen. Fall runter, Freundchen. Oder stirb. Ja, jetzt ist er unten. Ah, der ist schon tot. Es ruckelt ein bisschen. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. So. Au, 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 au. Wer? Ja. Wir denn, bitteschön. Hier ist doch gar keiner oben. Nachladen, nachladen. So. So. Ja. Ja. Zuckst da und dann bist du unten. So schaut's aus, mein Freund. Dann kommt noch ein Werker weiter. Na du? So. Die heilt dann aber auch aus, ne? Auf Irre. Das ist einfach der Hammer. So. Freut mich. Was macht ihr? Alle so schießen. Alle so schießen. Und so ein bisschen was kriegen. 200 Schuss haben wir noch. 200. Und da kommt die nächste. Okay. Das sind mal Warnächte, Leute. Das finde ich richtig cool so. Okay. Komm. Mädchen. Trau dich. Trau dich. Trau dich. Nachladen. 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 So. Komm. 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 Ich brauche mehr Spikes da unten. Und hinten so nicht. Also die, die, die Metallspikes haben aber auch ganz schön, ne? Ganz schön, äh, was ist aufgehalten hier für mich. Fängst du mir gut. Und da werde ich mich dran gucken. Und so, Nachladen. Und du kommst auch erstmal runter. Ja, 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 ja. Let's auch. Beim Rüben. Hm. So. Mutti ist gleich runter. So ist das brav. So ist das ganz brav. Guck mal, wie viele da noch drin sind. Hihihi. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh Mann, oh Mann. Wie soll das alles töten? Oh Gott, da kommt noch mehr. Ich sollte die Munition für oben aufheben, ne? So. Oh. Okay, der, der, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. So. So. Einfach nie ballern. Irgendwas treffen wir schon. Und wir haben das getötet sogar. Dahinten kommt wieder einer. Und dahinten kommt einer. Aber wir haben schon die ersten Grünen dabei. Das ist eigentlich, weil ich brauch diesen Red Remover. Und ich muss unbedingt gucken, dass ich in die, ja, in Kohle finde. Nitrat finde. Und dass ich dann ganz, ganz viel in die Dings investiere. In die, ähm, Munition herstelle. Voll daneben. Voll. Oh, Nacktfrosch. 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 Ist er unten? Ist er unten? Ja, Nacktfrosch ist unten. Glaube ich. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Na, die wollen die Ecken zum Matschen, ne? Macht ruhig die Ecken. Ist mir nicht so wichtig momentan. Bis ich reinfalle. Hihihi. Ei, 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 ei. Noch bin ich zufrieden. Noch, noch, ne? Mit der Pfanne. Aber bald wahrscheinlich nicht mehr. So. Fall runter. Dankeschön. So. Komm. Rüber. Rüber. Damit ich die runterschießen kann. Boah, dieses, ne. Stellt euch mal vor, die wären jetzt noch alle direkt bei mir. Und wo es mich interessieren würde. Also. Die Pfanne noch ein bisschen besser ausgebaut. Mit mehr Stahl und so. Dann. Glaube ich. Ist absolut nicht schlecht. So. Nachladen. Weil dann stört es mich auch nicht, wenn da ein paar ferrale grüne Monster rumrennen. Und das interessiert einen dann, glaube ich, auch nicht wirklich. So. Kommst du jetzt rüber? Ah, okay. Der fällt von alleine runter. Das ist auch schön. So. Zack. Und der ist auch schon runter. So. Ein bisschen reinballern. Wohl, warte mal. Wir benutzen... Ich glaube, das bringt zwar nicht viel. Aber vielleicht treffen wir ja was. Vielleicht treffen wir ja was. Vielleicht töten wir sogar was. Okay, ich treffe, glaube ich, gar nicht. Da war irgendwas dabei. Hihihihi. Hihihihi. Wir töten das Wasser. Aber die 100 Schuss würde ich mir gerne für ein Ding aufsparen. Für hier oben. So. Kommt. Jawoll. Hier... Nein, ich will was treffen. Komm mit dem ganzen Gewusel. Da muss man doch was treffen. Komm. 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 Sterben. Das ist im Prinzip auch 130 Schuss, ne? Das sind Stahlpfeile. Die müssen doch Schaden machen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie viele so ein Viech da vertritt. Okay. Wir haben schon 2 Uhr morgens. Bin gespannt. Da ist immer noch nichts gestorben, ne? Weiß ich nicht, ob wir jedes Mal einen anderen Zombie treffen. Hihihihi. Wenn ich die Grüne treffe, dann ist es vergeben. Aber hier so... Nacktfrosch. Versuchen, irgendwas zu treffen. Hauptsache nicht die Grüne. Wieso kommt wieder was Neues? 40 FPS. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr. Ai, ai, ai. Ui, wir haben was getötet. Mit Pfeil und Bogen. Wie gibt's denn sowas? So. Ja, haut mal alles weg, ja. Uh, da kommen die Nächsten. Da kommen die Nächsten. Komm schon. Ah! Spring du rüber? Oder du? So. Jawoll. Nein, tu nicht aufs Dach hier. Was ist denn das für ein Ding? Ja, dann schieße ich dir einen Pummo. Ist mir egal. Freundchen. Unter vom Dach. Ja. Ja. Unter von meinem Dach. Ich sag's nicht nochmal. So. Kleiner Stachelhegel. Tod ist er. Ja. So läuft es hier, mein Freund. Genauso und nicht anders. Hihihi. Dann kommt noch eine Krankenschwester. Kommt. Halb drei. Wir haben's bald geschafft. Wir haben's bald geschafft, Leute. Auf. Auf. Hätte ich ja nicht gedacht, ne? Oh. Da war sie weg. Da war sie weg. Da war sie weg. Der ganze Loot. Da spring ich dann einfach runter. Ich kann nicht, ob es ein gebogenes Bein gibt oder nicht. So. Komm. Oh. Dankeschön für den Pfeiler. Hihihi. Pullen purzeln einfach mal wieder runter. Sehr schön. So. Wir müssen eh bis vier Uhr morgens warten. Deswegen ist das alles nicht so schlimm. Wir haben wieder was betötet. Sehr gut. Da kommt wieder was angerannt. Da kommt... Hört ihr diese ganzen Tapseln? Ich find das total lustig. Oh. Da war sie schon weg. Da war sie schon weg. Es war aber auch schon richtig stressig. Genau. Jetzt ist es wieder so komplett. Jetzt bin ich wieder die Ruhe selber. Aber auf Irre ist es natürlich schon ziemlich, ziemlich heftig. Wenn da so ein Ansturm kommt und zwei, drei Schläge und man ist tot. Das hat es schon in sich. Also... Es hat es auf jeden Fall in sich. So. Komm. Alles töten. Ähm... Ich versuche ja irgendwie... Ich weiß nicht auf was ich ziele. Ich schieße aber einfach mal rein. Hauptsache nicht das grüne Mädchen, die... Oh, wir haben wieder was getötet. Nacktfrosch. Nein. Nein. Das war daneben. Wir probieren mal hier rein zu schießen. Muslim man. So. Da kommt was. Da kommt was. Na du. Na du. Mutti. So. Man kriegt gleich nochmal Pfeil im Büro. Wieder was getötet. Sehr gut. Also... Ich find's cool. Bis jetzt war's noch nicht so, dass... Okay. Da kommt auch was angerannt. Ähm... Dass es einfach aufhört. Diese... Diese... Ne? Diese... Die Leute. Es kommen immer wieder welche nach. Das find ich sehr schön. Und... Nun... Ja. Irre und 64 Zombie finde ich... So stelle ich mir eine Horde mit 64 Zombies vor. Auf Irre. Ehrlich gesagt. Also die nach unten. Du sauer nach unten. Du sauer nach unten. So. So ist brav. Schön nach unten gehen. Und jetzt stellt euch vor da unten ähm... Blade Traps. Oder da unten diese... Diese... Schussverschiebungen. Wer ist das? Das sind Dark Rooms. Damit die auch noch helfen. Da müssen wir hinarbeiten. Wieder was getötet. Sehr gut. Da... Will ich hinarbeiten. So. Da kommt... Oh Gott. Ne. Was grünes. Bitte runter. Direkt runter. Ich hab hier oben keinen Platz für dich. Das bringt nichts. Ich will aber, dass du runter plumpst. So. Tschüss. Danke. Zwei grüne schon. Ich weiß nicht, ob ich die ohne Red Remover verfügt kriege. So. Ach, wie entspannt. Na jetzt... Jetzt könnte man wieder ein Buch lesen. Ich könnte... Ich muss mir hier glaub irgendwo eine Klappe machen. Damit ich auch Molly runterwerfen kann. Oder damit ich... Oh. Da war was tot. Sehr schön. Damit ich halt... Ich hab Granaten dabei. Die kann ich dann reinschmeißen. Ne. So... So damit arbeiten. Oh. Da kommt was. Da kommt was. Ja komm her. Hier komm her. Spring rüber. Oh. Voll daneben. Der hat angehalten. Oh. Jetzt ist er runtergeplumpst. Jetzt ist er runtergeplumpst. So. Soll ich das grad mal probieren? Warte. Ich mach das um 4. Obwohl das ist Selbstmord glaube ich. Das ist reiner Selbstmord. Ne. Wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Zehn Pfeile noch. Zehn Pfeile und Stahl haben wir noch. Ich krieg die noch tot. Keine Sorge. Hehehe. Hehehe. So. Yes. Wieder was getötet. Sehr schön. So. Kommt. Ja. Wieder was getötet. Langsam aber stetig. Nacktfrosch du plötzlich hier oben. Ich sag's dir. Wir haben hier rüber gehüpft. Und... Wo ist der jetzt hin? Ich hoffe der ist runter. Ich seh nicht. Ich weiß nicht ob das gut ist. Aber ich glaub der ist da unten. So. Letzter Pfeil. Oh. Voll verballert. So. Wir haben noch ein paar Steinpfeile. Hehehe. So. Wie sieht's aus? Wollt ihr ein paar Steinpfeile fressen? Ja? Gleich ist es 4 Uhr. Dann kümmere ich mich um euch. So. Auf jeden Fall haben wir die Uhrnacht richtig gut überlebt. Die Falle wird weiter ausgebaut. Die wird absolut mega ausgebaut. Und repariert. Die verwende ich nochmal. Ich muss nur gucken. Ich will dass mir keiner mehr aufs Dach steigt. Ich muss gucken dass ich einen besseren Schutz vor der Spucke habe. Und... Hier was ist jetzt? So. Ich will... Das haben wir jetzt gesehen. Das sind so die Schwachpunkte von unserer... unserer... unserer Hordnacht quasi. Und die werden wir beseitigen. Aber guck mal. Sie tummeln sich wieder unter einem. Okay. Das finde ich cool. So. Ist schon 4 Uhr morgens? Nein. Lady? Tschüss. Danke. Ich habe sie zwar nicht getroffen, aber... sie ist gut. Das finde ich gut. Guck mal wie sie sich unter mir tummeln. Das finde ich richtig, richtig gut. So. Das bedeutet... Wartet mal. Wartet mal. Ich weiß nicht. Nee. Einstürzen darf eigentlich nichts. Um Gottes Willen. Bitte, bitte. Steh mir bei, du, du jetzt. Hehehehe. Thor und Odin. Ich brauche euren Beistand, dass ich jetzt nicht runterfalle. Weil sonst wäre es Eigenverschulden. So. Fünf. Aber warte. Wir haben... Die Horde Nacht ist offiziell überlebt. In... Drei. In... Zwei. Ja gut. Komm. Und... Jetzt ist sie offiziell überlebt. Ja. Jetzt da. Uh, 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 uh. Okay. Das ist nur das hier. So. Wenn ich jetzt sterbe... Und... Runter damit. Und runter damit. Komm. Uh. Hehehehe. Okay. Ich finde die geil. Okay. Leer rein. Und... Runter damit. So. Kommt. Schön. Hier. Bäm. Lebt ihr noch? Tatsache. Uh. Fast, fast wäre es nicht gut gegangen. Okay. So. Wie sieht es jetzt aus mit euch? Ihr könnt doch nicht jetzt immer noch leben. Nicht überhaupt tot. Ja. Erste Tod. Nachladen. Yes. Leute. Wir haben es überlebt. Wir haben es absolut definitiv überlebt. So. Jetzt will ich... Egal ob ich mir das Bein breche. Ja. Oh. Ich habe mir das Bein nicht gebogen. So. Erstmal alles einsammeln. Lalalalalalalala. Wir haben alles getötet. Ich würde sagen, ein voller Erfolg. Ein voller Erfolg, Leute. Anders kann man es nicht nennen. Es ist alles tot. Gut. Die Falle steht noch. Ja. Und wir sind nicht einmal gestorben. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Der Plan geht auf. Wir brauchen mehr Dynamit. Wir brauchen Granaten. Ich will... Ich will die Fehler der Falle zurückhaben. Oh yes. Hihihi. Sehr, sehr cool. Ich nehme alle Pfeile mit. Federn ist ja auch so eine Sache hier. So. Jawoll. Und wenn man sich so den Schaden anschaut, für das wie lange und wie viele hier unten waren. Ähm. Absolut in Ordnung. Absolut in Ordnung. Ja. Hier vom Spucken und vom Explodieren und alles. Aber absolut okay. Ja. Ich bin zufrieden. Das war eine absolut gelungene Horde. Genau. Gut. Dann schauen wir noch schnell. Wir haben... Verdammt. Ich habe vergessen, wie viele Zombies wir hatten. Ich glaube 600... Noch was, ne? Jetzt haben wir 838 und wir sind am Erleben. Yes. So muss das sein. Ich bin zufrieden. Genau. Gut. Dann würde ich aber schon mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten mal Tschüss. Tschüss.